Ja, 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 äh, 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 willkommen zurück zu Dark Souls 3, Ausschnitte aus meinem grausamsten Leben. Und, äh, ich bin dabei heute, äh, Mjörn zu stürzen. Äh, und dabei habe ich mir diese nette kleine Waffe besorgt, die sich Stormruler nennt, keine Ahnung. Alter, wie lang ist die? Leider, gut. Es ist die einfachste Variante, um ihn zu stürzen, diesen Boss. Mit einer normalen Waffe habe ich es ein paar Mal probiert, bin aber ein bisschen gescheitert, sagen wir es mal so. Ja, und ich brauche halt Jürgen, um irgendwie ins Archiv zu kommen. Und ich hoffe, dass mir diese nette, kleine, leuchtende, laute Waffe helfen wird. Das so machen. Es sollte easy sein jetzt mit ihm. Und wir werden es sehen. Durch die Nebel. Gut so. Kumpel! Okay, aufladen. Und dann, sobald er näher ist, dann attackieren. Gib mir meine Nullseelen. Ah! Ich konnte gerade... Ja, das tut weh, hä? Aufladen, aufladen, aufladen. Ausweichen. Man kann ihn eigentlich ganz gut ausweichen. So ist es nicht. Kumpel, du hast Probleme. Du bist zu groß. Erstmal ein bisschen Abstand nehmen. Aufladen. Und... Na! Ich drück doch! Ich hab doch gedrückt! Du Bastard! Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. So. Man findet die... Das Schwert im Übrigen auch hier am Thron. Da muss man... Ja, ich weiß nicht. Man... Also, ich bin draufgegangen, als ich mir die Waffe besorgt hatte. Weil ich halt... ... ... Fuck. Okay, okay. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Abstand halten. Aber er konnte mal. Er konnte mal. Ich muss halt... Ähm... Okay, jetzt wäre der Zeitpunkt... Jetzt! Yes! Noch einmal! Na, na, na. Na, na, na. Na, Kumpel. Wo bist du... Oh Gott, das Willen! Okay, komm, 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 komm. Tschüss! Halleluja, Alter! Ho, ho, ho! Yes! Drei Minuten! Fürstenasche. Dankeschön. Hoch. Eine Sequenz. Unkindled one. The fire fades. And awaits its one last lord. Prince Lothric is in your hands. Ach, nö. Nicht Lothric. Ich weiß auch nicht, ob du schon einmal gegen Lothric gekämpft hast, aber er ist nicht gesagt einfach. Bei ihm muss man nämlich ziemlich aggressiv und vorsichtig zugleich spielen. äh, den werde ich heute aber nicht zeigen. Weil ich weiß, dass ich an diesem Boss ziemlich scheitern werde. Ähm. Hallo, wie lange läuft denn hier der Ladebildschirm? Hallo! Oh, 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 oh. Eine Minute-Ladebildschirm. Geil. Feuerkugel. Ja, den will ich eigentlich auch haben. Ich bin ja Pyromaner und hab einfach, also hab bisweilen einfach nur die Standards. Ich weiß bislang nicht, wie ich an das andere rankomme. Hm, da müsste ich mich mal vielleicht erkundigen. Streitachs hab ich auch da Dankeschön So, ich möchte aber noch einmal zurück und dort noch ein paar Kisten mir ergaunern Ich weiß, da sind noch ein paar Kisten Ich war dort schon ein bisschen looten aber hab's nicht ganz geschafft weil ich halt naja, so haben wir es mal so getötet wurde weil dort sind ein paar Gegner, die ziemlich fies sein können Aber ich bring mal den Kopf erstmal auf den Thron So Ist das Björn? Ja, super Dann setz du mal hier mal den Kopf auf und dann fehlt eigentlich nur noch Loderic So Drauf mit dem Kopf Nice Super Dann fehlt wirklich nur noch ein Kopf Äh Und zwar der von Loderic Loderic So Du hast nichts mehr für mich Ähm Ich bin mal überlegen Gibt es hier noch irgendwas zum Spirantien? Wen haben wir hier? Na, Dreck Okay Ich will den gar nicht machen Der ist so unfair Hä? Da ist eine Nebelbank Warte Warte Wo ist er denn? Ja Super Ja Am Thron Jetzt geht es wieder rein in den Ladebildschirm Der Storm Ruler ist wirklich die einfachste Wache Wache? Waffe Und um ihn zu schlagen Also man kann ihn schon gut mit Lightning Genau hier habe ich Da war so eine Leiche und da konntest du finden Nur ein Sturm kann das Großholz unterstützen Ja, genau das Das ist so ein kleiner Hinweis Darauf, dass man diesen Storm Ruler oder diese Waffe braucht Um ihn fertig zu machen Ja, und ich weiß Sicherlich gibt es Wow Danke für meine Nullseelen Ähm Äh Es gibt sicherlich auch Leute, die Keine Ahnung Mit Fäusten drauf schlagen Und mehr erreichen Keine Ahnung Leute Ich habe erst angefangen Dog Souls Ich nehme schon wieder viel zu lange auf So Äh Kann man hier irgendwas machen? Ne Hier ist Kann man nicht dahinter? Gibt es irgendwas zum Looten hier noch? Keine Ahnung Hm 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 Na ja Na ja Na ja Ähm So Ja, da hier vorne sind sie doch schon Diese kleinen Biester Die mich Ärgern Äh Aber ich bräuchte Äh Meine Feuerhand Und Jetzt kriegen die dick auf die Fresse Von Weitem Denn das, was sie können, kann ich schon lange Bitte Tut weh? Nicht zu sehr Aber es tut weh Super Gut Fein So Nächste bitte Oder nächst der Keine Ahnung Sehen eigentlich ziemlich weiblich aus Könnt mich auch irren Ich meine, auch Männer tragen sicherlich Kleider und Röcke Und Können wir bitte nicht so sexistisch sein heute? Dankeschön Tot So Hier waren Ja Dich Töte ich so Mit meiner schönen Anfangs-Axt Sieht eigentlich geil aus hier unten Wenn die FPS vielleicht stimmen würden Hier unten gibt's auch noch was zum Looten Uh, 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 uh Rostige Münze So ein Bullshit So, was haben wir hier? Rostige Münze Sag mal, willst du mich verarschen, Junge? Geht's ja irgendwo hin? Nein Fuck Okay Dann würde ich sagen, ich gehe dann hier Von hier aus rechts Da war Waren auch noch Gegner Da waren Drohnen Wie gesagt, einige Drohnen Ein, zwei Drohnen oder so Keine Ahnung Habe ich schon geplündert Alter, hier Wie die Hohen Hier Was ist denn hier los? Ha? Hallo Guten Morgen Bin zu Hause Naja, zu Hause würde ich das hier nicht nennen Und die nächste Genau Hier Da, so geht's schneller Ah Ey, ich Ah, hallo? Hallo? Oh, Jesus Maria Wo kommt der jetzt her? Alter Wo kommt denn der jetzt her? Alter Ich mach mir in die Hose Okay Die Drohne habe ich schon gelootet gehabt Aber der war Als ich das gelootet habe Hier nicht da Da sind zwei Kisten Hätte ich gerne Oh Gott Ich seh nichts mehr Oh mein Gott Mein Bildschirm ist voller Gegner Oh Gott Nicht sterben Nicht sterben Nicht sterben Oh, da ist ja noch einer Super Ich geh mal hier rein Ich glaub, die können hier nicht reinkommen Dafür sind die zu fett Diskriminierung Erstmal süffeln Noch eine So Die Frage ist Wie töt ich den jetzt? Macht Feuer dir Damage? Wow Tschüss Ne, komm mal zurück Kumpel Du steckst da schön fest Ich muss, glaub ich, näher ran Oder Ey Oh, wow Macht das Damage Oh, mach das Damage Jetzt komm runter So, warte Macht das Damage? Äh, ne Ähm Kann ich Ah Macht das Aua, Aua bei dir? Ne Ich glaub, ich muss nur hier ran Bei ihm So, das müsste reichen So, jetzt Hier Wow, das tut auch nicht weh Die Waffe ist für ein Arsch Ich glaub, die ist so sinnvoll Für Komm mal her Kumpel, jetzt Komm mal her Meine Sichel Ich mag die Sichel hier Die erinnert mich so ein bisschen an Ähm Soul Eater Ich mag Soul Eater Nicht, wenn ich wieder Essen wollte ich gerade sagen Oh, Mann Was Deutsch heute Äh, könnte ich mir eigentlich wieder reinziehen Mal Wieder Ich fand den Anime super Not Vor allem War auch gut Naja Bisschen enttäuschend Aber Äh So Kumpel Komm her Ich werde dich genauso Ich bin schon hier alle halb tot Ja Komm her Nimm das Oh, da kommt schon die nächste Na 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 So nicht Ja Hm, genau So Du hast Bock zum Sterben Ich Auch nicht So Guck mal Guck mal da mal Ah Fuck Was ist denn Was ist denn heutzutage Los mit den Kisten Dude Dude Du hast mich verfehlt Deswegen bin ich vergiftet Vergiftet Hä Hä Oh, ich hab keine TB mehr Äh, TB Äh, TB Drachenland komme Ne, in Drachenland War ich da schon Ach ne Ich muss ja den Weiven Oh nein Der Drache Der Drache Muss ich auch noch machen Ach, Heidi Oh, hier ist er Da Da ist der dritte Im Bunde Kumpel Komm mal runter Ich hab mal solche Bomben Mal gucken Wie dir das schmeckt Komm her Komm Puts 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 Alex Ähm Komm hier 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 ist nicht so schnell runter Zu Ah Fucking Arsch Ey Ey Komm runter Komm runter Fucking Arsch Ey Stirb Danke Ja Super Dann würde ich sagen Das war's Eine Runde Das war wieder Eine Runde Dark Souls Ähm Und ja Ich bin dankbar Für's Zuschauen Wir sehen uns Vielleicht das nächste Mal Wieder Schick Einfach nur Schick